Also, ich weiß nicht. Manchmal... So now, you're at the South Pole Research Facility. Take everything that's valuable and find a way out of this home. Attention! All power supply systems have been switched to emergency mode. There are 30 minutes left until emergency power supply is cut off. Benutzt sich das alles dabei. Spielst du auf Epic? Nee, ich spiel komplett auf Low. Also, ich spiel komplett auf Epic. Naja, klar. Let's go. Oh, hast du die Facilierd schon angemacht? Der ist dunkel. Keine Ahnung. Ich will mir gleich so in die Hosen fleißen. Wie lange hast du gebraucht, um die anzumachen? Okay, das geht ganz schnell. Monster can sense you from distance right now. Okay. Und was war das jetzt für eine Granate oder Bombe, was auf dem Boden war? War das jetzt dieses Ei? Wo bist denn du überhaupt? Hier sind überall die ganze Zeit Kisten. Wo bist denn du? Hinter dir. Hier hinter... Ja, kommt doch. Was ist das? Komm doch. Hier sind überall Kisten. Ja, aber die Kisten können wir nicht aufmachen. Doch. Hä? Doch, mit was denn? Mit F. Komm her. Hier, guckst du dir die an. Ach so. Also ich hab schon rausgenommen die Sachen, aber nicht damit du es... Ja, aber nicht alle Kisten, sondern nur manche anscheinend. Frage ich ja. Die kann ich nicht. Ja, siehste. Ja, siehste. Was hab ich jetzt eigentlich Leben verloren? Kann man das mal erklären? Du bist doch in ne Bombe gelaufen. Ne Bombe, die schon da lag am Anfang der Karte. Ja. Also das irgendwas explodiert bei dir. Genau so. Genau so. Ja, hier sind Minen. Ja. Und ich... Ich guck das Ding an unser Ohr. Was leuchtet hier so? Ich guck's auf und da so... Oh, scheiße, oder? Boom. Leuchtet hier gut. Wie heilt man's nicht? Äh... Musst du ausrüsten. Musst du ausrüsten? Wie ausrüsten? Links-Klick, Rechts-Klick. Was passiert? Ne, musst du in deine Bar tun. In deine Pockets. Musst du Siren Shelf da sein tun, oder wie das heißt. Und dann? Dann Links-Klick. Dann heilst du 50% oder irgendwie so. Geht bei mir nicht. Ein bisschen weniger. Geht bei mir nicht. Heels 25 health points. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's. Okay. Immer schön die Augenaufnahmen halten. Was hier? Da liegt was. Hell clears. Okay. Taschenlampe ist auch super beschissen, ey. Red will ja... Oh mein Gott, meine Taschenlampe ist leer. Mach du mal deine an. Mit was denn? Mit T. Ah, Taschenlampe. Ich schwirf's dir die ganze Zeit an Sachen vorbei. Ja, aber hast du schon wieder Sachen gefunden? Hier lagen... Hier liegt... Hier lagen... Hier lag ne Zange. Ich blicke used by electricians at stations. Made of metal and rubber. Okay, meine Taschenlampe ist wieder... Funktioniert wieder. Mach meine wieder aus. So, jetzt hier. Wow. Der Loot lädt. Willst du mich verarschen? Ja. Der lädt einfach. Wieso... Was ist das denn für eine Logik? Ja gut, aber bei Tarkov lädt er ja auch. Warum soll denn der laden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, nach dem Motto du so durchsuchst. Ja, okay. Dann musst du halt die Tasche laden und nicht der Loot weg. Das ist bescheu. Digga, wenn jetzt hier ein Monster ist, dann scheiße ich mir eine. Oh mein Gott. Ja. 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 Okay. Cool. Ich bin tot. Ja, klar. Komplett tot? Oder liegst du einfach nur? Weiß ich nicht. Hier steht you are dead und jetzt kann ich irgendwas mit Drohne drücken. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Drohne drücke, aber... Oh, das Ding kommt näher. Ah, okay. Ich steuere jetzt tatsächlich einfach eine Drohne und kann Teammates helfen. Das war ein Scheiß. Oh, sie kommt. Oh mein Gott. Das war ein Monster, glaube ich. Ah nee, das bist du. Das bin ich. Digga, willst du mich verarschen? Ich bin eine Drohne, habe ich doch gesagt. Alter, habe ich mich erschocken. Äh, okay. Warum steht bei mir Critical Damage? Drone Recovering Progress. Wieso das? Guck mal, an dieser Station kannst du dich aufheilen. Okay. Guck das aus. Ja, keine Ahnung. Meine Drohne ist... Eigentlich weil du Licht gemacht hast. Nee, keine Ahnung. Das Licht konnte ich lange machen, aber links unten habe ich halt so eine Anzeige gehabt, dass meine Drohne die ganze Zeit kaputt geht. Warum die kaputt geht? Das ist eine gute Frage. Cool. Oh, hier kriege ich jetzt erst mal kurz. Oh mein Gott, ich habe gerade schon wieder einen Herzinfarkt fast bekommen. Okay. Und das nur, da war irgendwie so ein komisches Gesäufe, was das gemacht hat. Ja, das war ich. Okay, ich bin... Ich bin wieder am Leben. Ah, tatsächlich, du hast recht. Hallo. Warte, ich kann... Warte, ich kann... Hier ist Monster. Tada! Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh, das... Oh, jo. Also wenn ich Taschenlampe anmache, aus welchen Gründen auch immer, geht vielleicht die Batterie leer oder keine Ahnung. Also ich kann die Taschenlampe nicht für lange anmachen. Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Ah, ich bin down. Ich habe das Vieh gekillt. Kannst du mich holen? Nee, ich bin eine Drohne, Michi. Wieso ich den holen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie. Ich bin ja nicht... ... komplett tot. Ja, aber ich... ... bin eine Drohne. Wo bist du denn? Ja, komm mal zu mir. Ja, warte. Hier, ich bin jetzt bei dir. Aber ich kann nicht nicht reviven. Ich kann dir nur zugucken, wie du stirbst. Das ist doof. Ich kann nicht anleuchten. Bleh. Okay, aber ich muss sagen, das mit den, mit den Robotern ist schon ein bisschen Quatsch. Naja, da stand auch da Mercenaries, aber das Ding ist, Mercenaries im Video werden halt auch Menschen angezeigt, ne, und nicht irgendwie irgendwelche Roboter oder so. Ah, okay, ich kann hier nicht durchfliegen anscheinend. Yay, Timo's Vibe. Sehr gut. Okay, das geht auch besser, ne? Ja, ne, das ist wirklich, die, ähm... Was denn? Dieses Laden von den Items, das ist halt dieses Durchsuchen, wie bei Tarkov, nur bei Tarkov musst du noch extra draufzücken, um das zu durchsuchen. Ja, ja, ich hab doch schon verstanden, dass das so ist, aber ich kannte das halt vorher nicht, weil ich hab noch nie X-Rexion-Spiele gespielt. Ah, da ist so eine Mine, jetzt hab ich das gerafft. Ich hab ne Schere gefunden, was soll ich denn mit ner Schere? Hier ist Monster, hier ist Monster. Was, 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 wo bei dir? Wo bist du dann? Ne, hier sind andere Spieler. Wie echt? Geh weg, Dreck. Hä? Hä? Lauf! Das Monster! Das Monster! Ich kann nicht mehr rennen. Oh mein Gott, Michi, lauf! 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 Konnte ich nicht! Konnte ich nicht! Die verfolgen uns, die Wichser! Hör die ab! Ich hab keine Waffe! Ich auch nicht! Das ist irgendeine komische Pressure! Lass'n, äh, Dingens, nicht allein gehen! Oh mein Gott, wir sind so tot! Oh mein Gott, wir sind so tot! Oh mein Gott, wir sind so tot! Schmissen! Welche durch die Tür! Komm her! Hier die Tür, welche Tür! Mach zu, mach zu, mach zu! Das ist das Licht aus! Habe ich, habe ich, habe ich, muss hier irgendwie durch, wie kommt man hier durch? Was ist das? Was ist das? Wir wissen, die wir hier sind, oder? Ja, du hustest! Und jetzt, ich bleibe ich hoch, Rosenmonster! Hast du das nicht gehört? Nee, hab ich's gehört! Ich kann doch Dings hinzuschmeißen, Warte! Ich hab'n Radio! Oh, hier ist ne Mine! Papa, Bui! Das ist noch ne Mine! Wow, wirklich? Da! Oh mein Gott! Rechts ist ein Roboter! Das ist noch ne Kiste! Bist du? LCD Display! Small Display Board used to output blah! Hm... Ja, das ist ja alles schön gut hier! Ich hör was, ne? Oh! Wir sind tot! Wir sind so was von... Wir sind tot! Gibt deine Axt! Ja, mach ich gleich, aber... Als ob die das nicht gesehen haben! Als ob die das nicht gesehen haben! Was denn? Nein, ich hab's auch... Ich hab's nen Taschenlampon gehabt! Sind die dumm? Ich glaub, die sieht man nicht so gut! Boah, haben wir Lack, Alter! Ja... Ja, wo bist du? Ich hab mich gerade an der Tür verschenkt! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Alles gut! Ach... Du bist ja... Ich geh jetzt hier rein! Ich geh jetzt hier rein! Mann, die kaputt! Attacke! 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 Oh, ich bin tot! Attacke! Attacke! Ja, ich hab' die kaputt! Ja, aber ich dachte, wir spielen mit den Menschen zusammen, Alter! Und dann weißt du, wie da rumfass... Hä? Nee, das ist quasi... PV... Ja, PVE... PVP... P... Keine Ahnung, wie... Ich weiß, was du meinst, ja... Weil wir teilen uns ja sozusagen den Loot... Mhm... Ey, witzig... Na ja, in die Drohne geh' ich jetzt nur nicht mal rein, weil wir sind eh beide tot... ...Tage alles, was wertvoll ist... ...und find' einen Weg aus diesem Haus! Okay... Hast du nachgeladen an deiner Knabbe? Äh... Warte... Ja... Äh... Da ist, glaub' ich, ein Roboter... Irgendwo gewesen? Ja... Irgendwo da vorne... Ist ne Roboter... Hier liegt ja schon ein Loot, wa? Mhm... Mhm... Und läuft weiter... Ja, ich lauf' nicht weiter, ich will nur in den Stick schmeißen... Ich will ein bisschen was sehen in die Ferne... Okay, da macht gar nichts... Cool... Ah, man kann das Licht auch rausschalten... Ja... Das... Das ist... Das ist natürlich clever... Das ist natürlich clever... Was ist zu mir? Äh... Wenn ich bist, wo du bist... Ja... Oder die... Oh... Ne, warte... Hier ist... Hier ist ne Leiche... Er hat auch Blut... Nehm' ich... Und wie können wir die Karte nochmal angucken? Es gibt, glaub' ich, keine... Er hat doch vorne eine irgendwie gesehen... Also, M auf jeden Fall nicht... Mhm... Also, am liebsten... Würde ich jetzt mich schon in Richtung Ausgang bewegen... He... He... Genau... Solange ich meinen Loot noch habe... Wo bist denn du jetzt schon wieder? Äh... In der Küche... Ja... Hast du hier die Leiche schon gelootet? Ne... Ach, man kann Leiche looten? Ja... Man kann Leiche looten... Okay... Die Kiste hast du gelootet? Hast du das gehört gehört? Das war's nicht du, oder? Ja... Hast du mich auch gehört... So ein Atmen oder Stöhnen, was das war? Ne... Das war... Hat sich eher so ein gehört... So eine Eisentür zugeknallt ist... Ne... Das habe ich nicht gehört... Oh mein Gott, das gefällt mir gar nicht, das Geräusch... Mit... Mit CE hast du auch ein Waffenrat... Oh... Okay... Das... Das ist gut zu wissen... Kommst du? Ja... Let's go... Roboter... 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 Bei uns... Ja... Nein... Kommst du? Ja... Warte... 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 Ich will das Ding schmeißen... Bist du... Bist du... Wo bist du hin? Hinter dir... Scheiß... Was? Ne... Wieder zurück... Aber bist du nicht das Roboter? Oh... Ich hab die Tür nicht zugemacht... Das war gar nicht gut... Der steht bei mir jetzt direkt vor der Tür... Die ist... Das Monster... Wichser... What? Was ist passiert? Ich bin... Ich wurde vollgespuckt mit irgendeiner Scheiße... Ja... Das ist ein Monster... Wo ist es? Wo ist es? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Beschreib mal... Sehr gut Michi... Sehr gute Beschreibung... Du das? Mit der Fackel? Ja... Wo bist du? Hinter dir... Hier ist Monster... Wo... 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 Ja... Ich komm... Ich komm... Hier ist er... Pass auf... Da ist es... Weg... Du Ungetüm... Es ist weg... Weg was? Ist es einfach weggegangen... Oder hast du es... Weggesandt... Es ist weggegangen... Ich hab Angst... Ich hör irgendwas... Wo bist du eigentlich? Ich bin in einem Raum gegenüber... Da ist es wieder... Stirb... Ich hab's gekillt... Wo bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Ich bin... Hier... Access denied... Boah... Hahaha... 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 Das ist geil... Hahaha... Okay... Nice... Wollen wir raus? Naja... Besser nicht das... Das kalt... Da kommen wir nur wieder in die Küche... Da wo wir waren... Weißt du? Diese Kantine... Okay... 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 Hier ich... Oh... Hier Kisten... Nimm die Linke... Weil... Wie gesagt... Also beim Tutorial stand ja da... Also dieses kurze Video stand ja da... Das Ausgangspunkt eigentlich angezeigt werden. Machete, Blade Resampling, Beattacks, Boasting. Oh, das ist schön. Hast du alles genommen? Oh, Alter. Machete. Oh mein Gott. Danke schön. Danke für nichts, Spiel. Kommst du? Michi, komm mal ran. Ich setze hier gleich Monster um die Ecke steppt. Egal, mach die Tür zu. Ihr guckt nach hinten. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ja. Ja, wir werden das schon hören. Ja. Ich höre vor uns irgendwas. Oh, diese Geräusche. Machen wir das Licht an? Nice. Okay, passt. Jetzt wieder aus. Hast du das gehabt? Nee. Nee, das ist hinten. Das ist die Fischluft. Gehst du? Also, hast du auch gelesen oder geschaut, wie man hier rauskommt? wie gesagt also eigentlich sind die dinge ins markiert aber ich weiß nicht wo markiert ist müssen wir gucken ob wir nicht schon gebotet ob wir eine minimap finden ja das ist nicht gut dass er gut ist das hier war ich schon jemand wo das was kommt und kommt und kommt oder aber was sie wird hier ist auch schon gut was noch ein roboter vor uns irgendwo hier ist irgendwas monster glaube ich das ist ein spieler kommen lassen töten ich könnte ja gar nicht reagieren ja